Die DNA-Replikation beschreibt die Verdoppelung der DNA bei Chromosomen und Plasmiden. Möchte ein Organismus wachsen, müssen sich seine Zellen teilen. Doch bevor sich eine Zelle teilen kann, muss sie ihre Chromosomen verdoppeln. Damit stellt sie sicher, dass beide Tochterzellen exakt die gleichen Chromosomen bekommen, die sie selbst besitzt. Ausgehend von der grünen Doppelhelix als Vorlage werden zwei identische Kopien erzeugt. Die neu gebildeten Doppelhelixes bestehen aus je einem grünen Strang der Vorlage und einem neu synthetisierten, blauen Strang. Weil das Resultat einen alten grünen und einen neuen blauen Strang kombiniert, bezeichnet man die DNA-Replikation als semi-konservativ. Konservativ, weil die beiden alten grünen Stränge intakt bleiben, semi, weil jeweils ein neuer blauer Strang hinzukommt. Eine Schlüsselrolle bei der DNA-Synthese spielen Enzyme mit dem Namen DNA-Polymerasen. Sie erzeugen die neue DNA. Allerdings können sie mit der Vorlage alleine nicht arbeiten. Ein Startpunkt ist notwendig. In Form eines freien Dreistrich-Endes. Woher das blaue Stück DNA mit dem Dreistrich-Ende kommt, wird später deutlich. DNA-Polymerasen verlängern einen DNA-Strang nur am Dreistrich-Ende. Sie arbeiten deshalb immer in Fünf-Strich-Dreistrich-Richtung und nie umgekehrt. Um neue DNA aufbauen zu können, sind vier verschiedene Nukleotide erforderlich. Desoxy-Adenosintrifosphat, Desoxy-Thymidintrifosphat, Desoxy-Guanozintrifosphat und Desoxy-Zytidintrifosphat. Weil aber die Namen so lang sind, arbeitet man meist nur mit den Abkürzungen. Alle vier zusammen nennt man Desoxy-Nukleotid-Trifosphate oder kurz DNTP. Die DNA-Polymerase erzeugt neue DNA, indem sie die DNTP als Bausteine verwendet. Von jedem DNTP werden zwei Phosphatreste als Pyrophosphat abgespalten. Das liefert die Energie für die DNA-Synthese. Das verbleibende Desoxy-Nukleotid-Monophosphat wird in die DNA eingebaut. Mit jedem neu eingebauten Desoxy-Nukleotid verschiebt sich das freie Dreistrich-Ende um eine Base nach rechts. So, dass die DNA-Polymerase das nächste Desoxy-Nukleotid anhängen kann. Die Animation ist verlangsamt. In einer Zelle verlängert die DNA-Polymerase 3 von Escherichia-Coli einen DNA-Strang um 1000 Nukleotide pro Sekunde. Das ist 50 Mal schneller als gezeigt. Betrachten wir nun die DNA-Synthese im Detail. Als erstes gilt es, die beiden DNA-Stränge der Vorlage voneinander zu trennen. Die Doppelhelix ist jedoch eine stabile Struktur, zusammengehalten durch Wasserstoffbrücken, die gegenüberliegende Basen miteinander bilden. Das Enzym Helikase kann die zwei Stränge voneinander trennen. Die Energie dafür bezieht die Helikase aus der Spaltung von Adenosin-Triphosphat. Es entstehen Adenosin-Diphosphat und anorganisches Phosphat. Um den Doppelstrang weiter öffnen zu können, muss die Helikase permanent mit ATP versorgt werden. Hinter der Helikase dürfen die beiden Einzelstränge nicht gleich wieder eine Doppelhelix ausbilden. DNA-Einzelstrang-Bindeproteine verhindern, dass sich die DNA-Stränge zu einer Doppelhelix vereinen. Sie binden an Einzelstrang-DNA und stabilisieren diesen Zustand. Weil die DNA über und über mit DNA-Einzelstrang-Bindeproteinen bedeckt ist, könnte die Darstellung etwas unübersichtlich werden. Deshalb blenden wir sie wieder aus. In einer lebenden Zelle wären sie jedoch weiterhin an die DNA gebunden. Die DNA-Replikation an den zwei Strängen läuft unterschiedlich ab. Am Vorwärtsstrang ist der Mechanismus etwas einfacher als am Rückwärtsstrang. Der Grund dafür ist, dass die Fünfstrich- und Dreistrichenden der zwei Stränge in unterschiedliche Richtungen zeigen. Man sagt auch, die Stränge sind antiparallel angeordnet. DNA-Polymerasen benötigen ein freies Dreistrichende als Startpunkt. Das Enzym Primase erzeugt kurze RNA-Abschnitte, auch Primer genannt. Jeder Primer besitzt ein freies Dreistrichende und damit einen Startpunkt. Die Primer sind lediglich Hilfskonstrukte und werden später wieder entfernt. Auch Primasen benötigen Bausteine. Sie synthetisieren die Primer aus Nukleotid-Triphosphaten. Primasen können problemlos einen DNA-Einzelstrang als Vorlage verwenden und komplementär dazu ein kurzes RNA-Stück synthetisieren. Sie benötigen kein freies Dreistrichende als Startpunkt, ganz im Gegensatz zu den DNA-Polymerasen. Ist der Primer fertig, löst sich das Enzym ab. Die wichtigste Eigenschaft eines Primers ist sein freies Dreistrichende. Jetzt hat das Enzym DNA-Polymerase 3 einen Startpunkt. Die neue, blaue DNA entsteht durch den Einbau von Desoxynukleotiden. Auf dem Vorwärtsstrang zeigt das Dreistrichende in Richtung Helikase. Die DNA-Polymerase 3 kann deshalb der Helikase folgen und kontinuierlich neue DNA synthetisieren. Das hat zur Bezeichnung Vorwärtsstrang geführt. Am Rückwärtsstrang ist die Situation etwas komplizierter. Wenn die Primase einen Primer erzeugt, weist das Dreistrichende von der Helikase weg. Synthetisiert nun die DNA-Polymerase 3 neue DNA, wächst auch der neue, blaue DNA-Strang in eine Richtung, die von der Helikase wegweist. Die DNA-Polymerase wird deshalb schon bald auf das Fünfstrichende des nächsten Primers treffen. Der Primer stoppt die DNA-Polymerase und verhindert, dass das Enzym weiterarbeiten kann. An dieser Stelle löst sich die DNA-Polymerase 3 von der DNA ab und hinterlässt eine Lücke mit einem freien Dreistrichende. Das freie Dreistrichende bildet den Startpunkt für die DNA-Polymerase 1. Dieses Enzym tut zwei Dinge gleichzeitig. Wenn es sich vorwärts bewegt, baut es den RNA-Primer ab und schafft damit Platz. Die entstandene Lücke füllt es hinter sich mit DNA auf. Auf diese Weise wird der RNA-Primer durch DNA ersetzt. Ist der Primer vollständig ersetzt, löst sich die DNA-Polymerase 1 von der DNA ab, hinterlässt aber eine Lücke im Rückgrat der DNA. Die beiden Desoxyribose-Zucker sind noch nicht über ein Phosphat-Rest miteinander verästert. Die Lücke, auch NIC genannt, wird vom Enzym DNA-Ligase geschlossen. Dafür ist ATP erforderlich. Jetzt ist das neue DNA-Stück fertig. In der Zwischenzeit hat die Helikase einen weiteren Abschnitt der DNA-Doppelhelix getrennt. Auf dem Vorwärtsstrang unten folgt die DNA-Polymerase 3 der Helikase und erzeugt kontinuierlich einen neuen blauen Strang. Auf dem Rückwärtsstrang hingegen braucht es schon bald einen neuen Primer, den die Primase synthetisiert. Die DNA-Polymerase 3 nimmt das 3-Strich-Ende des Primers als Startpunkt und ergänzt einen neuen blauen DNA-Strang. Sobald sie das 5-Strich-Ende des nächsten Primers erreicht, stoppt sie und löst sich ab. Die DNA-Polymerase 1 übernimmt und ersetzt den RNA-Primer durch DNA. Ganz am Ende schliesst die DNA-Ligase die verbliebene Lücke im Rückgrat der DNA. Auf dem Vorwärtsstrang läuft die DNA-Synthese kontinuierlich ab. Auf dem Rückwärtsstrang hingegen sind immer wieder neue Primer notwendig. Deshalb bezeichnet man hier die DNA-Synthese als diskontinuierlich. Das ist zu viel Volt von der DNA-Synthese Rummenge. Vielen Dank.